die praktische Astronomie im Vordergrund. Aber gerade in diesem Jahr bietet sich doch ein Blick in die Geschichte an, denn genau vor 400 Jahren ist eines der bedeutendsten Werke der Astronomiegeschichte erschienen, die Harmonices Mundi, zu Deutsch etwa die fünf Bücher der Weltharmonik, von Johannes Kepler, 1619, veröffentlicht in Linz. Nun, womit befasst er sich da in diesem Werk? Er gibt es selber auf dem Titel gleich an, aber das große Latinum haben ja heute doch die wenigsten. Was macht er in diesen fünf Büchern? Wir würden heute sagen Kapitel. Nun, im ersten befasst er sich mit geometrischen Fragen, da führt er auch die Grundfiguren überhaupt ein. Im zweiten Kapitel geht er ins Räumliche, also hier schreibt er auch figürliche Geometrie, ist eigentlich beides Geometrie. Im dritten Kapitel befasst er sich mit Harmonien in der Musik. Das vierte Kapitel würden wir heute einfach schlicht Astrologie bezeichnen, geht aber sicher auch in die Psychologie. Und das fünfte Kapitel, das ist das, was sich mit der Astronomie beschäftigt. Und natürlich will ich mich heute auf dieses konzentrieren. Dabei muss man aber sagen, Kepler hat sich mit sehr vielen Themen beschäftigt. Schon sehr früh, und diese Illustration steht für die Arithmetik, hat er sich auch mit Logarithmen beschäftigt und das erste grundlegende Lehrbuch der Logarithmen geschaffen. Das hat bekanntlich Näppcher erfunden, dieses Rechensystem, und Joost Bürgi unabhängig voneinander wohl auch. Der wiederum ein paar Jahre Assistent von Kepler war, aber nach seinen Worten ein Geheimniskrämer gewesen wäre, der einfach das nicht veröffentlichen wollte. Und so hat Kepler nebenbei das erste grundlegende Werk der Logarithmenrechnung veröffentlicht. Dieser Druck hat eigentlich zwei Teile. Ich habe den rechten bisher nur ausgeblendet. Da sieht man jemanden, der einen Stab hier schräg in ein Fass reintut. Da kam es durch Zufall zu dem Thema, als Kepler wieder einmal oder das zweite Mal geheiratet hat, dass er als Hausherr dachte, er müsste ein paar Weinfässer kaufen. Und hat die Händler beobachtet, wie sie da mit so einem schrägen Lineal reingehen. Wobei das wirkliche Maß ja offensichtlich von Länge und Breite, aber natürlich auch von der Bauchigkeit des Fasses abhängen muss, also nicht wirklich stimmen kann. Nebenbei verfasst er dann eben die neue Stereometria, also eine Inhaltsberechnung von Volumina. Das geht quasi bis an die Grenze der Infinisimalrechnung ran, aber noch mit Mitteln von Archimedes durch Annäherung von parabolfäumlichen Linien an die tatsächlichen. Also auch durchaus eine sehr clevere Sache. Er wird auch nebenbei der Begründer der Kristallografie genannt. Das kommt durch ein kleines Büchlein, eine Neujahrsschrift über den sechseckigen Schnee, wo er sich unter anderem auch mit Fragen der Ebenenfüllung beschäftigt. Und dieses Thema im Räumlichen ist dann Kugelpackungsproblematik, wo er ja unter anderem diese sogenannte Keplerische Vermutung aufstellt, dass eben eine ganz bestimmte Packung die dichteste ist, die man mit Kugeln machen kann. Die Vermutung von ihm, die ist dann auch knapp 400 Jahre später durch einen Mathematiker 1998 bestätigt worden. Allerdings ist der Beweis ungefähr 200 Seiten lang und es gibt wahrscheinlich nur ein Dutzend Mathematiker auf der Welt, die besagen würden, sie hätten ihn verstanden. Aber wir wollen dem Kepler das mal zugestehen und die praktischen Dinge, die haben ihn ja durchaus auch beschäftigt. Er hat auch diese Zahnradpumpe erfunden, wo also das Wasser hier angesaugt wird und dann hier rumgeht und man sozusagen zuverlässigen Pumpleistungen erzeugen kann. Das wird heute im Prinzip immer noch verwendet, nur natürlich ein bisschen cleverer gemacht. Nun, in dem Kreis kann ich, wenn ich jetzt mal auf die Astronomie gehe und um Keplers Werk zu beurteilen, ist es geschickt, erst einmal den großen Rahmen zu sehen, was war denn überhaupt der Stand der Astronomie zu Keplers Zeiten. Die vier Phänomene, die man bis 1600 am Himmel als Phänomenbereiche wohl unterscheiden konnte, war natürlich die Drehung des gesamten Himmels innerhalb von einem Tag, die Drehung der Sonne unter den festen Sternen mit ihrem jahreszeitlichen Wechsel, die in erster Näherung auch hoch gleichförmige Bewegung des Mondes unter den festen Sternen mit seiner Periode von einem Monat und dem auffälligen Lichtgestalten und schließlich zum Vierten die Bewegung einiger Wandelsterne, dann Planeten genannt, die, wenn sie so über Tage, Wochen und Monate beobachtet werden, erst einmal so einen ganz normalen, rechtläufigen Lauf haben, aber dann manchmal, was hier beim Jupiter nimmt, anhalten, den Stillstandspunkt haben, ja, sogar ein Stück zurückgehen, ein weiterer Stillstandspunkt und dann erst wieder ihre rechtläufige Bahn aufnehmen. Also ein einigermaßen merkwürdiges Phänomen, das hier in der Darstellung natürlich moderner ist, von Schia Parelli, also dem italienischen Astronomen, dem wir die Marskanäle oder Marsfurchen, müsste man eigentlich eher sagen, verdanken, aber qualitativ in der Antike schon auch so sichtbar. Wie gesagt, wenn nur nicht gleich, hier sieht man ein bisschen den zeitlichen Verlauf, von Juli bis Februar schaut es dann so am Himmel aus, wenn man das über diesen Zeitraum beobachtet. Nun, das galt es natürlich auch für die antiken Astronomen zu erklären, wie es zu dieser Bewegung kam und es soll auf Apollonius zurückgehen, die Idee zu entwickeln, dass die Planeten oder Himmelskörper sich nicht unmittelbar um die, natürlich Erde, wir sind geozentrisch, drehen, sondern dass sich hier nur ein sogenannter Differentenkreis befindet, auf dem der Mittelpunkt eines kleineren Kreises ist, den Epizykel, der dann hier oben abrollt. Und wenn man diese beiden Bewegungen zusammen einschaltet, dann kommt tatsächlich so etwas raus, was durchaus Ähnlichkeit mit unseren Schleifen hat. Wir sehen es hier nochmal in der Darstellung von Bruno, die beiden Bewegungen, die gemeinsam dann diese Form hervorbringen. Und wenn diese Theorie stimmen würde, könnte man auch schon gleich eine Hypothese wagen und vermuten, dass die Planeten, die ja hier, wenn diese Schleifenbewegung auftritt, besonders nahe an der Erde sind, also auch besonders hell erscheinen müssten. Ja, genau, das ist der Fall. Also eine aus Sicht der Antike gut bestätigte Theorie, die in Verbindung mit noch ein paar anderen Kleinigkeiten dann das abgibt, was man so die antike griechisch-hellenistische Astronomie bezeichnet. Nun wollen wir gleich einen Sprung in die Neuzeit machen zu Nikolaus Kopernikus. Hier ein historisches Foto, da bin ich froh, dass ich eines der frühesten Fotos noch bekommen konnte von ihm. Dieser Kopernikus gilt ja gemeinhin als der Revolutionär des Weltbildes. Er hat es in dem 1543 in Nürnberg erschienenen De Revolutionibus niedergelegt, dass eben die Sonne in der Mitte steht, von den Planeten umkreist und dass die Erde eben nur einer dieser Planeten im Sonnensystem ist. Nun, konnte Kopernikus das beweisen? Aristarich hat es in der Antike ja auch schon behauptet, konnte es aber nicht beweisen. Natürlich konnte Kopernikus es mit den Mitteln seiner Zeit auch nicht beweisen. Aber er hatte ja ein paar gute Argumente, zum Beispiel diese Schleifenbewegung, diese Rückläufigkeit, die hier in der Darstellung von Galilei zu sehen ist, die man sich aber auch klar machen kann, wenn man sich vergewissert, dass die Umdrehung der Planeten um die Sonne ja nicht so ist, als ob die alle auf eine große Scheibe getackert werden und der große Aldeher dreht die, sondern die ist differenziell. Also die Inneren bewegen sich schneller und je weiter man rausgeht, desto langsamer bewegen sich die Planeten. Es kommt also gemeinhin immer wieder zu Überholvorgängen. Und wenn wir uns das nochmal vielleicht in einer größeren Darstellung anschauen, ach, ich glaube, da müsste man jetzt auf der Präsentation hier reinklicken, wäre das möglich? Dann würden wir diesen Überholvorgang nämlich nochmal genauer sehen, wenn die Erde beispielsweise den Mars überholt. Genau. Und ein Klick dürfte dann, oder hoffe ich, führt dann weiter. Ach so, halt, den holt er sich jetzt natürlich doch woanders. Dann vergessen wir das und tun es mit einem praktischen Beispiel darstellen. Ich stelle mir vor, ich bin auf einer Tartanbahn, laufe auf der innersten Spur. Vor mir auf einer äußeren Spur ist ein anderer, nennen wir ihn mal Mars. Und ich schaue zu ihm, ich visiere ihn an und das Publikum dahinter und die ganze Zeit in der gleichen Art und Weise hier an dem Mars vorbeigehen, den anderen Läufer. Aber in dem Augenblick, wo ich ihn überhole, geht tatsächlich der Sehstrahl sozusagen ein kurzes Stück zurück, bevor er sich dann wieder stabilisiert. Wenn ich ein wenig Abstand gewonnen habe, ist das ja wieder das Gleiche. Aber genau in dieser Überholphase, da treten eben diese Schleifen der Planeten auf, die sich dadurch als relativ erweisen. Nur dadurch zustande gekommen, dass die Erde selbst schon ein bewegter Planet ist. Also eigentlich keine andere Erklärung zu der Antiken, sondern genau genommen sagt jemand, hört zu, wir brauchen an der Stelle gar keine Erklärung. Wir brauchen nur das heliozentrische Weltsystem. Dann ergibt sich das mit Notwendigkeit daraus. Also kein Beweis, aber Möglichkeitsverweis. Gut, das ist auch zu wenig, aber ein sehr gutes Argument. Hat Kopernikus noch mehr? Ja, in Entsprechung gilt auch die Erklärung der inneren Planeten. Wir schauen mal von der Erde Richtung Sonne und gucken uns die Venus an und stellen natürlich fest, dass sie immer innerhalb eines sogenannten Elongationswinkels sich aufhält. Das kann ja gar nicht sein, dass die Venus irgendwann mal auf der anderen Seite der Erde stehen könnte. Wie soll sie das denn anstellen? Da langt ein Blick hier auf das heliozentrische Weltsystem, um das einzusehen. Wie hat es die Antike erklärt? Da war ja nun die Erde in der Mitte. Wir schauen auch wieder Richtung Sonne. Jetzt wissen wir, die Venus ist ja nicht direkt in der Bahn, sondern das ist der Different. Und hier liegt der Epizykel drauf. Und natürlich stellen wir auch hier fest, dass die Venus sich immer innerhalb dieses Epizykles aufhält, wenn der Epizykelmittelpunkt auf der Linie Erde-Sonne liegt. Und das war eben die Regel, die die Antike an der Stelle schaffen musste, um diese Situation zu erzwingen. Also auch hier eigentlich keine andere Erklärung als die Antike, sondern genau genommen gar keine. Und nur der Verweis auf die Konstruktion des heliozentrischen Weltbildes. Für diejenigen, die an so geometrischen Dingen Interesse haben, sieht man, dass wir über den Abstand ja auch wenig aussagen können. Wenn die Venus näher wäre, wäre es der Kreis, wäre sie weiter draußen, könnte es auch dieser Kreis sein. Und hier sieht man in der Konstruktion, da fällt jetzt natürlich, oder da ist das geozentrische und das heliozentrische Weltbild identisch. Da fallen diese beiden Systeme aufeinander. Aber egal, das muss uns nicht im Detail interessieren. Wir müssen allerdings festhalten, dass neben solchen guten Argumenten schon auch schlechte und kritische Töne gegen die in Copernicaner zu hören waren. Denn wenn die Erde sich jetzt tatsächlich mit so einem Tempo um die Sonne bewegt, dann müsste man doch erwarten, dass die Wolken irgendwie hinten wegfliegen. Selbst wenn ein Komet auftaucht, sieht man, dass er einen Schweif hat. Das müsste doch bei der Erde erst recht sein, wenn wir raufschauen. Aber da sehen wir nichts. Unsere Wolken scheinen sich überhaupt nicht zu interessieren für diese schnelle Bewegung. Und wie ist denn das, wenn Gegenstände fallen und die Erde dreht sich? Müsste dann nicht eigentlich der fallende Körper hinter der Erddrehung aufschlagen? Ist definitiv nie beobachtet worden. Und überhaupt, wenn die Erde sich um die Sonne bewegt, dann kann sie ja nicht nur um die Sonne umlaufen. Das liefert ja nur das Jahr. Wir müssen ja auch den Tag erklären. Also sie rotiert auch noch die ganze Zeit. Und das kann jeder nachempfinden, welche Kräfte da wirken, der vielleicht schon mal ein Eimer Wasser so rumgedreht hat. Und wenn man das mit, also es geht ja auf jeden Fall, aber da merkt man schon ein wenig an Zug. Wenn man sich das mit einem acht Meter langen Kabel vorstellt oder Seil, dann schaut es wahrscheinlich schon so aus. Und wenn man sich das Kabel jetzt einige tausend Kilometer groß vorstellt, dann kann man sich vorstellen, dass da natürlich enorme Zentrifugalkräfte wirken. Jetzt ist das Wort natürlich anachronistisch für die Zeit, aber das Gefühl, dass eigentlich die Erde wie eine Sahnetotte auf der Zentrifuge auseinanderfliegen müsste, hat natürlich erst mal jeder gehabt. Und die Kopernikaner waren dran zu erklären, warum diese drei Dinge denn nicht auftreten, obwohl sie doch eigentlich logische Folgerungen wären, wenn die kopernikanische Lehre stimmt. Es kommt noch schlimmer. Wenn die Erde um die Sonne sich dreht und die Sonne in der Mitte steht, hier haben wir die Bahn der Erde und hier haben wir zwei herausgenommene Erden im Frühjahr und Herbst. Und wir stellen uns vor, dass wir jetzt von den beiden Positionen aus einen nahegelegenen Stern anpeilen, dann wäre zu erwarten, dass ein halbes Jahr später dieser Winkel natürlich ein leicht anderer ist. Auch das ergibt sich ja aus dieser Konstruktion. Das ist aber niemals festgestellt worden. Kopernikus war natürlich klar, dass diese Frage kommen wird und es wird interessant sein, deswegen zu schauen, was antwortet er denn darauf. Kopernikus sagt, ja, das stimmt schon, das müsste eigentlich schon zu sehen sein, aber dass wir es nicht sehen können, das liegt daran, dass die Sterne so weit entfernt sind und unsere Instrumente noch nicht genau genug sind. Also eine vollkommen korrekte Erklärung, die nur für die damalige Zeit nicht sehr überzeugend war, dass jemand den einen Wahnsinn, nämlich den Heliozentrismus, durch einen anderen Wahnsinn erklärt, indem er einfach behauptet, die Sterne sind unermesslich weiter entfernt, als wir gedacht haben. Nun, dieser Fixsternparallaxe genannte Effekt ist hier sehr schön mal dargestellt. Sie sehen da unten die Drehung der Erde um die Sonne und wenn wir das sozusagen im Zeitraffer an uns anschauen, dann müsste das, was wir am Himmel sehen, in etwa so ausschauen. Das muss man natürlich dadurch rekonstruieren, dass man für jeden Abend genau die Aufzeichnungen macht, wo die Position ist. Und als man da draufgekommen ist, hat man natürlich keine solchen Visualisierungen gehabt. Das ist also schon auch immer beeindruckend, was so die Vergangenen gelöst haben. Solche Daten verdanken wir übrigens dem ESA-Satelliten Gaia, der ja erst vor ein paar Jahren jetzt auch alle Daten veröffentlicht hat, sodass man das hier sehr schön sehen kann. Nun, wer war der nächste bedeutende Astronom in unserer Reise zu Kepler? Es war Tycho Brahe, ein streitbarer dänischer Astronom, der vor allem dadurch bekannt ist, dass er Großforschungsanlagen geradezu errichtet hat und die Qualität der Menge einfach von Beobachtungen und ihre Genauigkeit bedeutend erhöht hat. Zum Beispiel durch solche Metallinstrumente statt so einem Jakobsstab aus Holz. Und auch hier sieht man, da oben kommt das Sternenlicht rein und wird dann hier angepeilt. Und so ein Schieber, der kann natürlich schon ein wenig präziser die Winkel angeben als nur so Pi mal Daumen. 1572 entdeckt er eine Supernova. Hier ist sie eingezeichnet. Für ihn war es ein neuer Stern, der auf jeden Fall so weit weg war, dass er in der Sphäre war, wo eigentlich gar keine Bewegung oder Veränderung zulässig war. Also sicherlich jetzt kein Beleg der kovonekanischen Theorie, aber so eine Stichelei an dem Ptolemäischen Weltbild. Hier sieht man auch den neuen Stern. Wir wissen, es ist eine Supernova vom Typ 1a gewesen. So eine Supernova hat auch Kepler dann später gesehen. 1604. Er war nicht ganz der Erste. Auch Simon Marius in damals Padua hat sie noch ein wenig vorher gesehen. Dann Galilei mal und dann hat sie auch Kepler angeschaut. Aber er hat ein Buch darüber geschrieben. Deswegen nennt man diese Supernova allgemein die Keplersche. Auch da ist die Supernova hier eingezeichnet. Oder der neue Stern. Und das ist die Schrift dazu. Das ist von modernen Augen der Rest dieser Supernova gesehen, aber in mehreren überlagert. Röntgenoptisch und Infrarot. Wäre ja schade, wenn wir diese Informationen unterschlagen würden. Nur weil es unser Auge nicht sehen kann. Gibt also irgendwie doch einen realistischen Eindruck von dem Geschehen dort. Nun, für die damalige Zeit war es eine Irritation. So wie fünf Jahre später auch Kometen. Hier sieht man einen Kometen und hier haben wir noch die Erde in der Mitte. Das ist jetzt schon das Tychonische System. Der Mond umkreist. Das heißt, der Komet ist auf jeden Fall weiter entfernt als der Mond. Gehört damit wieder der Sphäre an, wo eigentlich keine Veränderung zulässig ist. Aber in dem Fall noch schlimmer. Das sieht man hier. Dieser Komet durchkreuzt sogar die Bahn von zwei Planeten. Und wie soll das denn jetzt gehen, wenn das irgendwie so kristalline Sphären sind, die die Planeten mittransportieren? Wie muss man sich die vorstellen, wenn da ein Komet einfach durchdringen kann? Und sollte dieses Konzept der kristallinen Sphären falsch sein, wie regelt man es dann, dass die Planeten überhaupt zu ihrem Antrieb um die Sonne kommen? Also Fragen über Fragen. Und was es aus Sicht von Brahe noch schwieriger gemacht hat, den Kopenikalismus anzunehmen, war, dass die Sterne eine gewisse scheinbare Größe haben. Selbst hier noch bei Herschel sieht man das für einen Stern. Wir wissen heute, dass das nur ein optisches Phänomen ist. Mit Rahmen der Elektrodynamik kann man das zeigen. Aber das ist natürlich eine Technik, die man im 17. Jahrhundert noch lange nicht zur Verfügung hat. Und für Brahe haben die Sterne auch eine gewisse scheinbare Größe am Himmel. Wenn wir also von der Erde zu so einem Stern schauen, dann sehen wir ja nur, welche Fläche er für unser Auge am Himmelshintergrund einnimmt. Wie weit er weg ist, wissen wir nicht. Wenn er nah ist, ist er vielleicht relativ klein. Aber wenn er weiter entfernt ist, ist natürlich auch der Stern entsprechend größer. Und wenn er wirklich weit weg ist, dann kann es sein, dass diese Sterne von ihrer Größe geradezu explodieren. Und dieses ist auch so. Denn wenn wir uns hier die geozentrische Sicht mit den Größenverhältnissen anschauen, sieht man, dass wenn das die Sonne ist, man sich die Planeten so vorgestellt hat. Das stimmt natürlich nicht. Das ist klar. Das Verhältnis ist so. Aber sei es mal drum. Und andere Sterne sind in der Regel ein wenig kleiner. Einer dritter Größe ist so klein wie der hier. Und wenn man das jetzt aber für die kopernikanische Welt hernimmt, also die Sterne in eine entsprechende Entfernung setzt, damit dieses kleine Wackeln nicht mehr zu sehen ist, und jeder kennt ja in etwa den Fehler seines Gerätes, dann sind auch die Sterne entsprechend riesig. Und das hier ist jetzt nur ein Stern dritter Größe im Heozentrismus. Und hier sehen wir jetzt, das da ist unsere Sonne. Klar, es gibt so große Sterne. Das weiß man heute. Aber das ist wirklich die Ausnahme. In der Regel sind die Sonnen schon Pi mal Daumen so wie unsere Sonne. Und die Kopernikaner waren deswegen gezwungen, zu der Zeit auch tatsächlich zu sagen, ja doch, solche großen Sterne gibt es. Das zeigt auch die Allmacht Gottes, dass es eben solche Riesensterne tatsächlich gibt. Die meisten Fachastronomen haben das aber nicht übernommen. Tycho selber sah sich bewogen, sein System einzuführen mit der Erde in der Mitte. Die wird vom Mond umkreist. Die Erde wird von der Sonne umkreist. Aber alle anderen Planeten umkreisen bereits die Sonne, die dann insgesamt hier rumwandern. Erst die Fixsternsphäre hat wieder die Erde als Mittelpunkt. Was kann jetzt noch passieren, um ein bisschen neue Kriterien in das Ganze reinzubringen? Es ist die Erfindung des Teleskops roundabout 1608, beziehungsweise die erste Vorstellung in Den Haag. Hier beantragt Lippershai ein Patent. Deswegen ist das sozusagen die Geburtsurkunde des Teleskops. Und man nennt in der Regel den Lippershai als den Erfinder. Es gab aber mehrere, die eins beantragt haben. Ein Patent lag wohl irgendwie in der Luft. Das Instrument selbst ist nicht so schnell über Europa gewandert, aber die Nachricht davon natürlich sehr schnell. Und insbesondere hat es diesen Herrn in Italien erreicht, Galileo Galilei. Er hat die Nachricht entweder im Februar oder im Juni erhalten, hat sie aber erst mal nicht für glaubwürdig gehalten. Und erst als dann tatsächlich ein Händler in Padua war und nach Venedig wollte, um es dort vorzustellen, ist ihm klar geworden, dass er jetzt in die Gänge kommen muss. Über Freunde ist gerade noch verhindert worden, dass dieser Händler durchgelassen wurde. Und dann hat Galilei sein eigenes Teleskop präsentiert, das dann aber wirklich auch exzellent war. Er hat es auf dem Glockenturm von San Markus vorgestellt. Bertini legt das Geschehen in den Dogenpalast. Das ist aber Blödsinn. Natürlich geht man hier oben rauf und kann auch zeigen, dass man jetzt mit diesem Instrument eventuelle feindliche Kriegsschiffe zwei Stunden eher sehen kann. Das ist also ein enormer militärischer Vorteil, den man durch das Teleskop hat, den wir heute nur deswegen nicht mehr so nachvollziehen können, weil die Erfindungshöhe dann doch zu gering ist, wenn man mal weiß, wie es in etwa funktioniert. Weil durch ein bisschen Tüfteln kann man es natürlich nachbauen. Deswegen haben es alle Seiten. Nun, was hat er denn mit dem Teleskop jetzt Neues gesehen? Und was macht Galilei so besonders, wenn er weder der Erste noch der Einzige war, der mit dem Teleskop beobachtet hat? Ja, es war, dass er als Erster veröffentlicht hat. Das war ganz entscheidend. Und das macht er schon 1610 im März mit dem Siderius Nuncius, also der Sternenbotschaft. Worüber berichtet er da? Nun, zum einen ist es die Oberfläche des Mondes, die nicht wie eine bekannte Philosophenschule auszuschauen ausschaut. Wir sehen hier einen Krater, den wahrscheinlich jetzt jeder beobachtende Astronom so groß nicht auffinden würde. Und auch Desta, also so ganz stimmen tut es jetzt vielleicht nicht. Aber egal, wir verstehen sofort, was der Mann uns sagen will. Der Mond ist nicht durchzogen, ist nicht ideal glatt wie eine Kugel, sondern er ist durchzogen, genauso wie die Erde von Bergen und Tälern. Und indem der Mond insoweit der Erde ein bisschen ähnlicher wird, könnte er vielleicht ja auch tatsächlich so ein Gesteinsbrocken sein, wie die Erde ja auch. Das war ja zur damaligen Zeit durchaus noch nicht ausgemacht, die materielle Grundlage der Gestirne. Die Sterne selbst waren auf jeden Fall nur Lichtpunkte und selbst beim Mond war es nicht ganz sicher. Und umgekehrt wird natürlich die Erde dadurch auch dem Mond ein bisschen ähnlicher. Und vielleicht ist es ja doch legitim, die Erde für flugtüchtig zu erklären. Galilei entdeckt dann die Jupitermonde und wird dadurch auch gleich weltberühmt. Links sieht man Aufzeichnungen der Jesuiten. Bei Galilei schaut es ganz ähnlich aus. Was zeigt uns das? Ja nun, diese vier Jupitermonde, die bewegen sich auf jeden Fall jetzt in erster Linie nicht um die Erde, sondern natürlich um den Jupiter. Das ist schon mal auch wieder ein Knacks am Ptolemäisch-aristotelischen System. Worum sich jetzt das Jupitersystem dreht, kann man natürlich der Bewegung der Jupitermonde zunächst noch nicht entnehmen, ob sich das jetzt um die Sonne dreht, um die Erde oder um den Mars oder um meine Nase. Das muss man dann schauen. Galilei entdeckt das am 7. Januar 1610. Und kurz danach, am 8. Januar, sieht es auch Simon Marius in Ansbach, der Gunzenhausener Hofastronom, der dann auch die erste Darstellung für das Jupitermondsystem gibt. Da folgen auch viele andere. Hier sehen wir es dann in der späteren Darstellung von Kepler auch nochmal in gleicher Weise. Was gibt es noch am Mond, im Himmel zu sehen mit dem Fernglas? Auf der Sonne zeigen sich plötzlich Flecken mit dem Fernglas. Hier sehen wir das sehr schön. Thomas Harriot hat sie als erster entdeckt, hat aber darüber nicht veröffentlicht, sodass das erst Posthum bekannt geworden ist. Christoph Scheiner und Galileo Galilei haben dann intensive Beobachtungen gemacht und sich zeitlebens drum gestritten, wer sie denn jetzt als erster entdeckt hat. Galilei hat halt so lange rückdatiert, bis er der Erste war. Aber trotzdem war es so, dass Fabritius die erste Publikation darüber erstellt hat. Das hat aber weder Scheiner noch Galilei interessiert in ihrem Prioritätsstreit. Nun, was ist an den Sonnenflecken bedeutend? Auch da ist es wieder so, dass in der Sphäre der Sonne eigentlich eine Veränderung nicht vorgesehen war. Da sollte alles gleich bleiben und hier wird es noch zusätzlich brisant, weil die Unbeflecktheit Marias auch gerne damit verbunden wird, sodass er sich für einen ordentlichen Christen auf jeden Fall gehört hat, da lieber zweimal hinzuschauen, bevor er voreilig Ergebnisse in die Öffentlichkeit bringt. Aber im Lauf der Jahrzehnte hat sich das natürlich bestätigt. Die wichtigste Beobachtung sind die Phasen der Venus. Hier in der Darstellung von Galilei, hier sehen wir es in moderner Weise. Die Sonne muss man sich in der Mitte vorstellen und hier dreht sich die Venus. Wir sind sie jetzt vorgestellt. Und wann sehen wir die Vollvenus? Na klar, wenn sie auf der anderen Seite steht, weil da geht ja das Licht der Sonne genau auf die Seite, die wir sehen können. Also hier ist die Vollvenus. Und wenn die Venus ganz bei uns steht, also sozusagen räumlich gesehen so, ja dann sehen sie natürlich neu Venus, weil ja die Sonne dahinter steht und diese Seite beschienen ist. Dass diese Phasen in der Weise so auftreten oder dass überhaupt Phasen auftreten, hat auch Ptolemäus gesagt. Aber die Art und Weise, wie sie hier auftreten, die ist eben definitiv nur erklärbar, wenn die Venus die Sonne umkreist. Und deswegen haben wir hier jetzt auch das erste Mal was Handfestes in der Hand. Denn hier wird das erste Mal klar falsifiziert, dass das ptolemäisch-aristotelische Weltsystem nicht richtig sein kann, zumindest hinsichtlich seiner Aussagen über Venus und mutmaßlich auch Merkur, also die inneren Planeten. Hier sieht man die Venus, wenn man davon sich entsprechen darf, ist natürlich ein Röntgenbild. Auch da folgt Simon Marius dem Galilee nur ein Vierteljahr. Und wir sehen, dass die Phasen an der Venus ganz offensichtlich mit der Stellung der Sonne zusammenhängen. Dass hier eine Wolke davor ist, heißt wohl nur, dass man am Tag aufpassen soll, wenn man in die Sonne schaut. Das wissen wir heute auch. Wobei das kann man sogar mit dem Teleskop, sogar ungeschützt, aber halt pro Auge nur einmal. Das Ganze führt dazu, dass Galilee felsenfest überzeugt ist, dass er Beweise für den Heliozentrismus hat. Recht besehen muss man aber zugeben, so ganz Beweise für den Heliozentrismus hat er natürlich noch nicht. Genau genommen gibt es eine große Anzahl von möglichen Modellen für die Welt. Hier sind mal nur sechs aufgetragen. Links oben, das ist das ptolemäische Weltsystem mit der Erde in der Mitte. Aber das ist natürlich draußen aus dem Ganzen, weil das ist mit den Venusphasen nicht verträglich. Also das, um das kann es nicht mehr gehen. Dieses platonische System, das ordnet nur die Planeten ein wenig anders an, das ist damit auch raus. Im Rennen kann nur noch ein System sein, wo die Venus sich um die Sonne dreht. Das ist aber in der Tat bei mehreren der Fall, bei diesem sogenannten ägyptischen System, wo nur merke Venus sich um die Sonne drehen, beim vollständigen Tychonischen sowieso, das ist ein Semitychonisches, das soll uns gar nicht interessieren, und beim Kopernikanischen trivialerweise. Also bei all diesen Vieren ist das erfüllt. Was wissen wir noch? Zwei Systeme sind kinematisch äquivalent. Und zwar sind es diese beiden Systeme. Kinematisch äquivalent heißt, die sind ununterscheidbar hinsichtlich ihrer reinen Bewegungsform. Das heißt, die Lagerelationen zu den einzelnen Körpern sind in beiden Systemen völlig identisch. Es ist nur der Bezugspunkt ein anderer. Das heißt, leider, dass alles, was für das eine spricht, spricht notwendigerweise für das andere. Alles, was gegen das eine spricht, spricht notwendigerweise gegen das andere. Alles, was für das andere spricht, spricht und so weiter. Also das ist kinematisch äquivalent. Da bräuchten wir jetzt irgendwie neue Beweise, die zu der Zeit noch nicht vorliegen. Und deswegen ist das kopernikanische System natürlich doch den Zeitgemäßen sehr fremd geblieben. Und selbst Mitte des 17. Jahrhunderts hat man noch eine Sicht vertreten, die man hier sieht mit einer Auswägung der richtigen Weltsysteme. Hier steht der Astronom, den man daran erkennt. Das sehen Sie vielleicht nicht so richtig, aber das sind alles Augen hier auf seinem Körper. Und er hat aber auch schon als moderner Astronom die Insigne des Teleskops. Und Justitia wiegt das Ganze aus. Hier oben sehen wir die uns jetzt schon bekannten Phänomene, die knusprige Mondoberfläche. Da haben wir Kometen. Der Jupiter hat jetzt schon so Banden, aber vor allem die Monde. Und das hier sollen Saturnhenkel sein, die zeitlang sichtbar waren, dann aber wieder nicht, während hier Venusphasen und Merkurphasen. Man sieht schon an dieser Darstellung der Aufteilung der Phänomene in Nachtphänomene und Tagphänomene, dass der Autor dieses Titelkupfers offenbar kein Kopernikaner war. Er war aber auch kein Ptolemäer wert. Das Ptolemäische Weltsystem, das liegt bereits hier unten zu Boden. Und Ptolemäus, den wir selbst im Bild sehen, darf gerade noch sagen, indem ich korrigiert werde, werde ich aufgerichtet. Aber eigentlich ist er aus dem Rennen. Es geht nur noch um das kopernikanische System, halt Entschuldigung, das kopernikanische und das tychonische Weltsystem. Und man muss sagen, dass den Zeitgenossen offenbar die Argumente pro Kopernikus zu leichtgewichtig waren. Die schwerwiegenderen Argumente sprachen für das tychonische System. Hier jetzt wieder in einer Variante von Rigi Uli. Das muss uns aber nicht interessieren. Das ist der Rahmen, in dem nun Johannes Kepler tritt. Und ich will Ihnen jetzt, nachdem das sorgfältig vorbereitet ist, sozusagen auch ein bisschen die Dimension nahe legen, die wir Johannes Kepler verdanken. Sogar gegenüber Größen wie Kopernikus, die zwar den Bezugsgrund geändert haben, aber eigentlich das ganze System der Astronomie und die Art und Weise, wie sie erklärt und funktioniert, beim Alten belassen haben. Johannes Kepler dagegen ist derjenige, der wirklich die eigentliche Umwälzung durchführt. Er wird in Weil der Stadt geboren, besucht dann verschiedene Schulen dort. Und wenn man sein Leben und seine Wandergänge ein bisschen beurteilen will, muss man sich klar sein, dass im Hintergrund eine Großgeschichte schwel, die durch Martin Luther verursacht wurde, genau genommen durch das Veröffentlichen von 95 Thesen, sicherlich nicht an dieser Kirchentüre, aber durch Brief und dann schnell auch durch Drucke in ganz Europa verbreitet. Die katholische Kirche hat sich daraufhin dann schnell versucht, zu reorganisieren. Das macht sie insbesondere mit dem Konzil von Trient, wo gewissermaßen auch überhaupt die katholische Kirche sich erst klar wird, was denn katholisch ist, damit man sagen kann, was nicht katholisch ist. In diesem Zusammenhang fällt auch der Streit um die gregorianische Kalenderkorrektur, die eigentlich natürlich richtig war, was Johannes Kepler als Fachastronom schnell eingesehen hat, was aber den Protestanten nicht verkaufbar war, zumal der gregorianische Kalender vom Vatikan tatsächlich wie in einer Nachtaktion eingeführt wurde und bekanntlich ja die protestantischen Gebiete dann in der Regel erst um 1700 diesen Kalender eingeführt haben. Kepler lernt erst mal am evangelischen Seminar Maulbrunn, da lernt er auch Latein und kriegt über ein Stipendium dann die Möglichkeit, in Tübingen zu studieren, hier in einem zeitgenössischen Stich. Dort studiert er eigentlich Theologie, aber besucht auch die Mathematikvorlesungen von Michael Mestlin. Mestlin war einer der ganz, ganz wenigen Kopernikaner, die es überhaupt in dieser Zeit gab und er macht Kepler frühzeitig damit bekannt. Kepler selbst hat sich auch, wir haben das ja an dem Titel Kupfergrad schon gesehen, auch mit platonischen Körpern gerne beschäftigt. Das kann man leicht zeigen, dass es nur fünf von diesen Gleichflächnern überhaupt geben kann, wenn sie konvex sind zumindest. Hat auch die Antike schon begeistert, mit dem Timaius von Platon werden die dann den vier Elementen und der Quintum Essenzium zugeordnet. Und Kepler versucht eine Erklärung, wie es denn zu den Abständen der Planeten kommen kann und findet dieses Modell, das man sich so vorstellen muss, dass er hier außen eine Kugelschale anordnet, in der er sich den Saturn vorstellt. Und in diese Kugelschale beschreibt er jetzt einen der fünf platonischen Körper ein, nämlich den Würfel, sodass also genau die acht Eckpunkte diese Schale berühren. Und in diesen Würfel tut er jetzt wieder eine Kugelschale reinziehen. Und die birgt jetzt die Bahn von Jupiter. Und hier beschreibt er einen Tetraeder ein und so weiter und so fort. So kommt er bis zum innersten Planeten und glaubt, dass er dadurch die Abstände der Planeten erklären kann und auch erklären kann, warum es nur so viel gibt, wie es eben gibt. Nun ist es natürlich aus moderner Sicht einigermaßen obskur. Und da ändert sich auch bei mehrfacher Betrachtung nichts dran. Aber man erkennt trotzdem, dass wir hier jemanden vor uns haben, der offenbar bereit ist, jegliche Form von Theorie umzuwerfen, wenn er denn nur empirische Beweise dafür findet. Hier glaubt er noch, dass er sie auch finden kann. Aber das ist auch kennzeichnend für das Werk Kepplers. Wenn er dann in seinen Beobachtungsdaten was findet, was nicht dazu passt, dann ist er auch bereit, das wieder einfach hinweg zu wischen und so lange zu suchen, bis er was Neues findet. Hier sehen wir diese Vorstellung, wie er es in Harmonicis Mundi auch selbst noch mal wiedergibt, auch wenn das sein Frühwerk war. Wiederholt er oder bleibt er dieser Thematik sein ganzes Leben treu. Diese Schrift ist auch ein bisschen so etwas wie ein Bewerbungsschreiben bei Tycho Brahe, der kaiserlicher Hofastronom in Prag war. Er kommt da aber zunächst noch nicht hin, weil es ständig Ärger wegen seiner Konfession gibt. Auch in Tübingen ist er nicht bereit, die Augsburger Konfession zu unterschreiben, obwohl er ja eigentlich Protestant ist. Deswegen gibt man ihn keine Stelle und ist dann froh, dass man ihn als Landschaftsmathematiker nach Graz abschieben kann. Dann aber wird Brahe auf ihn aufmerksam durch sein Frühwerk und lädt ihn als Assistent ein, zu sich nach Prag zu kommen. Dort hat er jetzt also Kontakt mit der Science Community im Bereich der Astronomie der damaligen Zeit. Die Zusammenarbeit mit Brahe wird aber nicht ewig dauern, aber doch so tief, dass er hier schon mitkriegt, dass die besten Daten, die es überhaupt auf der Welt gibt, alle bei Brahe sitzen. Der wiederum teilt seine Assistenten nur so ein, dass keiner im Gesamten durchblickt, sondern jeder wird nur mit einem Planeten betraut und die sollen untereinander auch nicht allzu viel miteinander kommunizieren. Kepler kriegt den Planeten Mars zugewiesen und verfolgt seine Beobachtungen doch sehr genauer Weise, wie wir hier sehen können. Das ist jetzt noch mal geozentrisch gedacht. Bei Brahe ist man letztlich geozentrisch. In der Mitte die Erde, das ist die Sonnenbahn. Und hier zeichnet Kepler die Bahn jetzt von der Erde von 1580 bis letztlich 1596 auf. Also wenn wir in einem geozentrischen Welt erleben würden, wäre die Bewegung von Mars in dieser Weise. Das mag mal glauben, wer will. Und wenn wir uns das für andere Planeten anschauen, das ist jetzt die Venus, die die Sonne ja umkreist. Deswegen muss hier sozusagen die Venus um die Sonne gehen. Oder wenn wir es bei einer anderen Form, bei Merkur sehen, wo die Schleifen noch viel enger sind. Das ist jetzt übrigens natürlich nicht mehr Kepler. Das ist schon genauer. Das ist schon Cassini. Wie gesagt, Kepler hat sich ja nur mit dem Mars beschäftigt. Und wenn wir es uns für Jupiter, Saturn noch anschauen, ja gut, da hat es jetzt durchaus wieder Ähnlichkeit an diese Schleifen und die Bewegung, die man ja mit diesem Epizykelsystem eigentlich ganz gut hinbekommen hat in der Antike. Aber Kepler war natürlich überzeugter Copernicaner, was er als eine der Grundlagen für seine Lehre sieht. Zum Zweiten die Daten des Tycho Brahe und zum Dritten die Magnetismus-Theorie von William Gilbert, dessen Vorstellung war, dass der Mond durch magnetische Kräfte an die Erde gebunden ist und die Erde ihrerseits durch magnetische Kräfte an die Sonne. Das stimmt, wie wir alle wissen, natürlich nicht. Aber es ist eine Fernwirkungskraft geboren worden, als Idee überhaupt mal. Das ist die Schrift der Magnete von 1600. Nun, Kepler beschäftigt sich jetzt sehr eingehend mit der Bewegung von Mars, wie wir gerade schon gesehen haben. Und er stellt fest, dass die Bahn nicht ideal ein Kreis ist. Was er jetzt genau ist, kann er zunächst noch nicht sagen, aber er stellt relativ schnell fest, dass wenn der Planet Mars nahe an der Sonne ist, dass er sich dann vergleichsweise schnell bewegt und wenn er sehr weit weg ist, vergleichsweise langsam. Also die Linien sind sozusagen Linien gleicher Zeitabstände hier. Was die Berechnung natürlich außerordentlich schwierig macht, die eigentlich immer erforderlich wäre und Kepler auf die Idee bringt, statt der eigentlich nötigen Berechnungen schlicht die Fläche dieser Darstellungen zu benutzen, was mathematisch auch nicht korrekt ist und er selbst auch weiß, aber es ist wie ein Wunder, am Ende zum richtigen Ergebnis führt, nämlich dem zweiten Kepler'schen Gesetz. Und da bräuchte ich jetzt wieder einen Finger für einen Klick in dieses Feld, wo wir uns die Bewegung von einem Planeten mal anschauen wollen, aber sicher, ja, mal sehen Sie schon, vielen Dank, hier haben wir bei der Kreisbewegung diesen Fahrstrahl, der, und so lautet das zweite Kepler'sche Gesetz, in gleichen Zeiten gleiche Flächen überstreicht. Das ist für den Kreis trivial, aber wie schaut es bei der Ellipse aus? Denn da stellt sich ja die Frage, wie ist denn die Bewegung eines Planeten, wenn es kein Kreis ist? Muss man sich so vorstellen, als ob eine Eisenbahn mit der konstanten Geschwindigkeit die Form abfährt? Oder ist es vielleicht gleichförmig im Sinne eines Uhrzeigers, der gleichförmig abrollt und der Planet halt mal näher, mal weiter weg ist? Weder noch. Die Bewegung ist eben in dieser Weise, dass wenn, ich übertreibe jetzt mal, das wäre die Bahn eines Planeten und er aus der Sonnenähe hier aufsteigt, er immer langsamer und langsamer wird, bis er sich hier ums Appell quält und dann aber auf die Sonne fällt und im Perihel so rumrauscht. Also diese Art ist die Bewegung, die die Planeten um die Sonne haben. Natürlich maßlos übertrieben, denn schon allein die Bahn der Erde, wenn man sie hier auf Millimeterpapier darstellen würde, bis zur Raumhöhe, würde man es wirklich nur sehen, wenn man es ganz genau nachmisst. Also die Bahn der Erde, da hätte er die Form gar nicht entdecken können. Beim Mars ist es ein bisschen stärker. Damit kontrolliert Kepler jetzt nochmal die Bahn der Erde und stellt auch hier aber dann doch letztlich fest, dass es kein Kreis ist und entdeckt eben das, was man jetzt erstes Kepler'sche Gesetz nennt. Also entdeckt sind sie eigentlich in anderer Reihenfolge, aber man ordnet sie systematisch an. Das ist also das Neue, die Planeten bewegen sich nicht auf Kreisen. Das war wirklich revolutionär. Bei Kopernikus ist ja durchaus alles noch auf Kreisen gewesen und sogar die Abweichungen von Kreisen hat Kopernikus mit diesem Epizykelsystem erklärt. Kepler ist wirklich der Einzige auf weiter Flur, der ernsthaft die Idee verfolgt, dass die Planeten sich nicht auf Kreisen bewegen und er kann das auch noch zeigen. Das veröffentlicht er in der Astronomia Nova von 1609, beschäftigt sich aber auch mit der Optik, hat schon in frühen Jahren eine Optik 1604 erstellt, also noch vor dem Teleskop. Als dann das Teleskop bekannt wird, legt er sofort nach und tut gewissermaßen die Optik für Linsensysteme schreiben. Das ist auch systematisch wichtig, wenn man muss sich klar machen, dass es für die damaligen Menschen nicht trivial war, dass jemand, der zwischen das Sinnesorgan und das, was er anschaut oder anhört, noch irgendwas dazwischen schaltet, dass dadurch die Sinneswahrnehmung besser werden könnte, eigentlich eher nicht. Das ist sozusagen was ganz Neues in der Menschheit, dass durchs Zwischenschalten von etwas die Beobachtung tatsächlich besser wird. Aber es darf natürlich keine Wünschelrute sein, von der wir gar nicht wissen, wie sie wirklich funktioniert. Also erst, wenn die Theorie des Teleskops da ist, dann kann man diese Argumente, die wir vorhin aus den Beobachtungen gehört haben, wissenschaftlich seriös ernst nehmen. Also auch hier eine ganz wichtige Publikation von Johannes Kepler. Er hat dann seine Jahre in Linz, weil der Kaiser stirbt und der Nachfolger nicht so interessiert dran war. Und in diese Zeit fällt auch das Dekret von 1616, also das, was man üblicherweise als Verbot der kopenikanischen Lehre bezeichnet. Das ist nicht ganz richtig. Eigentlich war nur die apodiktische Rede verboten. Also man dürfte nicht sagen, das kopenikanische System ist so und so und es ist wahr, sondern man dürfte nur sagen, das kopenikanische System wäre so und dafür spricht das und das. Das war noch erlaubt. Aber trotzdem ist auch ein Werk von Kepler dann unter das Dekret gefallen, seine Epitome, Astronomie Kopernike. Das ist das erste echte Lehrbuch des heliozentrischen Weltbildes, denn wir sprechen zwar alle vom kopenikanischen Weltbild, aber in Wahrheit verwenden wir natürlich ein keplersches Weltbild. Es sind keine Kreise, die gleichförmig umlaufen werden wie bei Kopernikus. Es ist keplersch. Und er war definitiv der Erste, der das in dieser Weise auch lehrbuchartig veröffentlicht hat und natürlich keinen Zweifel daran gelassen hat, dass das das einzig vernünftige Weltbild ist. Jetzt haben wir über die Bewegung eines Planeten ja schon sein Bewegungsprofil herausbekommen. Wie schaut es denn jetzt aus, wenn man mehrere Planeten in den Blick nimmt? Kann man da vielleicht auch noch irgendeine Beziehung finden? Die Frage wäre also, wenn sich ein Planet in einem bestimmten Abstand, nennen wir den Abstand mal der Einfachheit halber 1, in einer bestimmten Zeit hier rumdreht, damit es leicht zu rechnen ist, wollen wir hier auch 1 nehmen, dann ist die Frage, wie lange braucht er, wenn wir den Abstand verdoppeln? Nun geht naheliegenderweise der Radius linear in den Umfang ein. Also schon von daher müsste der Planet doppelt so lang brauchen. Aber es ist ja so, dass die Anziehungskraft nach außen schwächer wird. Wenn er da so schnell ist, dann wird er irgendwann tangential entweichen. Also er muss ein bisschen langsamer sein. Und man kann jetzt natürlich mutmaßen, vielleicht dreimal so langsam, einfach mal so als Vorschlag in den Raum. Das wäre so viel wie Wurzel 9. Das wäre toll. Es ist Wurzel 8. Das tut mir jetzt leid, dass ich Ihnen da kein schöneres Verhältnis mitteilen kann, wie die Natur gebaut ist. Aber man kann den Zusammenhang sehr schön ausdrücken. Nämlich die Quadrate der Umlaufzeiten verhalten sich wie die Kuben der mittleren Abstände. Also Quadrate ist hoch 2, Kuben heißt hoch 3. Also die Quadrate der Umlaufzeiten verhalten sich wie die Kuben der Abstände. Und das ist natürlich ein tolles Verhältnis, das auch geometrisch einfach gefasst werden kann. Viel einfacher als das ja dann doch knifflige zweite Gesetz, für das man ja eigentlich Infinissimalrechnung schon braucht. Aus diesem Kepler'schen dritten Gesetz wird also jetzt ein Zusammenhang aller Körper im Planetensystem. Wenn man hier die Masse noch dazu tut, dann kommt man hier zu einer wunderschönen Formel, mit der man auch die Masse von Planeten auswiegen kann. Haben Sie sich vielleicht auch schon mal gefragt, wie kommt einer dazu, die Masse von Neptun so und so anzugeben? A, wer war da dort? Wie hat diese Waage ausgeschehen? Und vor allem, auf was routet diese Waage eigentlich? Also ganz schwierige Sache, aber nicht wegen des dritten Kepler'schen Gesetzes. Da schicken wir einfach nur einen Satelliten hin und den lassen wir da rumkreisen und dann schauen wir, wie lange er braucht und in welchem Abstand er ist. Das können wir gut sagen. Sogar sein Gewicht könnte man messen, weil hier auf der Erde könnte man es ja, brauchen wir aber gar nicht. Und so kann man die Masse fremder Körper ausrechnen. Auch heute noch ein Verfahren, das Anwendung findet. Und wenn man sich die Werte mal anschaut, denn ich habe mir mal die Mühe gemacht, sie jetzt mal alle rauszuziehen, dann sieht man, das ist natürlich jetzt eine logarithmische Skala, aber macht ja nichts, dann sieht man, dass die tatsächlich fast alle exakt auf einer Linie sind. Das sind also die wahren Daten, die aktuellen, sozusagen Stand jetzt dieses Jahr und das, was sich nach der Vorhersage des dritten Kepler'schen Gesetzes ergibt. Und wenn man sich die Abweichungen anschaut, dann sieht man, dass die wirklich winzig sind. Allein bei den äußeren Planeten sind sie ein bisschen größer, aber nur, weil die selbst schon ihrerseits relativ groß sind, sodass also diese Störkräfte da durchaus ernst zu nehmen sind. Dieses dritte Kepler'sche Gesetz, das hat eigentlich damals die Menschen überzeugt, denn dieses Gesetz gilt ja nur auf kopenikanischer, also heliozentrischer Grundlage. Und kann das jetzt Zufall sein, dass das so einen Zusammenhang ergibt? Man kann es eigentlich nicht wirklich glauben. Selbst das ist noch kein echter Beweis. Die wirklichen Beweise des Heliozentrismus, die werden später geliefert, aber Kepler liefert die mit Abstand stärkstmöglichen Argumente aus dieser Zeit heraus. Hier haben wir es dann, die Originalstelle sinngemäß, allein, es stimmt vollkommen, die Verhältnisse verhalten sich wie, er drückt es dann noch ein bisschen antiquierter aus mit anderthalbfacher Proportion, aber das ist eineinhalb bis drei durch zwei sozusagen hochgesetzt, haben wir wieder die Kuben und die Quadrate. Das ist die Stelle, wo er diesen Zusammenhang veröffentlicht. Und wenn man sich jetzt noch vorstellt, dass neun Tage danach, nachdem er das entdeckt hat, dieses Ereignis war, also der Trager Fenstersturz und jetzt auch noch ein ganz Europa heimsuchender Krieg für 30 Jahre ausgebrochen ist, dann muss man sich wirklich wundern, dass Kepler noch die gigantische Arbeit auf sich genommen hat, die er dem Kaiser Rudolf schon um 1601 versprochen hat, nämlich Tafeln herauszugeben, die nach dieser neuen Lehre berechnet sind. Die sind im Prinzip tychonischer Natur, aber das führt zu den gleichen Werten. Für Kepler selbst ist natürlich immer die Sonne der Mittelpunkt. Und diese Tafeln, die führen dann auch dazu, dass das Wissen um die Vorzüge des kopenikanischen Systems sich verbreiten, denn die Kalendermacher, die benutzen natürlich diese Tafeln und haben auch sozusagen einen Konkurrenzkampf, weil derjenige, der genauer sagen kann, wann die Finsternis nächstes Jahr beginnt, natürlich offensichtlich der Bessere ist. Und deswegen will jeder die Finsternisse oder die Eintritte oder Verdunklungen von Gestirnen so genau wie möglich angeben, um zu sagen, da schaut her, meine Tafeln sind die besten, kauft meine Tafeln. Kepler selber hat sich hier übrigens eingezeichnet, da unten, wenn man das ein bisschen vergrößert, dann sieht man ihn. Ja, so schaut vielleicht ein Wissenschaftler mitten im Dreißigjährigen Krieg aus. Seine wichtigsten Schriften nennt er hier das Frühwerk Mysterium Cosmographicum, dem er immer noch treu bleibt, die Optik, Kommentar des Mares meint die Astronomie Hannover und die Epitome, die ja auch gerade in der Veröffentlichung waren. Er ist anschließend auch noch Hofastrologe kann man fast sagen oder Heerastrologe von Wallenstein, der hat sich da halt einfach Vorhersagen versprochen, das ist ja für Regierende im Prinzip legitim, dass sie sich für die Zukunft interessieren, manchmal wird es ja eher bemängelt, dass sie das zu wenig machen, das gängige Verfahren war halt ein Horoskop. Kepler hat aber daran gelockt, dass er ihm versprochen hat, dass er eine Druckerei kriegt und damit konnte er natürlich weiter veröffentlichen, was er auch tatsächlich tut. Er findet heraus, dass es doch Vorübergänge vor der Sonne geben könnte, Venus- und Merkurtransite also, kann auch ausrechnen, wann der nächste stattfindet, freut sich insgeheim schon drauf, stirbt aber dann einen Tag und ein Jahr vor dem ersten Ereignis, das dann aber natürlich tatsächlich beobachtet wird und das dann ja auch schnell dazu führt, dass man erkennt, dass diese Transite uns eine Möglichkeit an die Hand geben, den Abstand Erde-Sonne auszurechnen, der ja die Basislänge zunächst einmal für alle Entfernungsmessungen im gesamten Universum ist, auch heute noch, weil es sozusagen in alle Berechnungen eingeht, wie die Basis bei der Fixsternparallaxe ist, bevor man dann zu Zepheiden, Supernova 1a und Rotverschiebung geht, mit der man dann natürlich größere Distanzen messen kann. Aber ein Fehler, an der untersten Ebene perpetuiert sich natürlich auf allen Folgenden. Eine Darstellung modernerer Art ist hier von 2003 und durchaus eine sehr schöne aus der 2012 Geschichte. Geschichte. Er geht nach Regensburg, dort stirbt er dann, er wollte mal wieder die Schulden des Kaisers eintreiben, da haben ihn alle abblitzen lassen, hier hat er noch 12.000 Schulden bei Regensburg gehabt oder von von denen, von denen, ich muss als Nürnberger gestehen, dass die Nürnberger ihn auch abgewiesen haben, weil der Kaiser hat seine Schulden einfach an die Reichsstädte verteilt. Und die haben aber gesagt, wir haben damit nichts zu tun. Also er hatte wirklich auch immer finanzielle Probleme, vor allem dann zu Ende seines Lebens. Post Hum erscheint noch der Traum vom Mond. Man kann das Werk als den ersten Science Fiction der Welt ansprechen, der dann auch übersetzt wurde. Ist eigentlich von 1609, aber ist eine Vorstellung, wie jemand träumt, dass er auf dem Mond ist. Ist aber alles in didaktischer Finesse geschrieben. Es geht ihm eigentlich darum, es den Menschen verständlicher zu machen, dass die Erde tatsächlich um die Sonne kreist, indem er einfach mal die Perspektive wechselt zu einem anderen Objekt und dann schaut, wie guckt denn die Erde vom Mond aus, wie schaut denn die Sonnenbewegung vom Mond aus. Auch heute ist, und das ist das letzte Dia, das vor allem dritte Kepler'sche Gesetz immer noch relevant, natürlich in seiner aufgemotzten Form. Bei Kepler im Original ist Masse ja noch nicht drin, der Begriff war noch überhaupt nicht geboren, kommt eigentlich sinnvoll erst mit Newton in die Welt und auch hier muss für die Sterne in den Galaxien natürlich das dritte Kepler'sche Gesetz gelten und wie bekannt ist die Abweichung davon Anlass gewesen, die Hypothese der dunklen Materie aufzustellen und auch wenn man noch nicht so richtig weiß, was in Betracht kommt als Kandidat für die dunkle Materie, so ist der empirische Fakt nicht bestritten und der ergibt sich eben letztlich tatsächlich immer noch durch Anwendung des dritten Kepler'schen Gesetzes. Ich hoffe, ich konnte Ihnen den Keplern ein bisschen nahe bringen, welche große Rolle er eigentlich in der Astronomie spielt, letztlich viel größer als Kopernikus oder Galiläi, die ja auch Größen der Wissenschaft waren, Galiläi dann eher für die Physik und da auch wirklich bedeutend, aber in der Astronomie ist, wenn man die Astronomie auf ein, zwei Leute reduzieren müsste, müsste man ihn wohl mitnennen und dann halt vielleicht noch den Ptolemäus, aber die zwei stehen doch recht singulär da und ich hoffe, dass Sie den Kepler auch ab und zu noch zu würdigen wissen und bedanke mich für heute.